Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial werden wir mal gemeinsam in Excel einen dynamischen Kalender erstellen. Der hat es wirklich in sich. Wir brauchen später nur diese Jahreszahl ändern und der Kalender wird sich vollautomatisch entsprechend anpassen. Ich habe bereits ein Tutorial rausgebracht für einen einfachen Kalender, so eine quick and dirty Lösung, also Schnellschusslösung. Aber dieser Kalender hat natürlich ein paar Formeln mehr und dauert natürlich entsprechend länger. Das coole ist, ich habe euch einen Link auf meine Webseite hinterlassen, also unten in der Beschreibung. Da könnt ihr zum Beispiel die Formeln für die einzelnen Zellen herauskopieren und wer gar keine Zeit hat im Prinzip den Kalender zu machen, der kann sich auch den gesamten Kalender dort herunterladen. Aber bitte hinterlasst wenigstens ein Like, wenn euch der Kalender gefällt. Denn wenn ihr das Video im Prinzip nach 20 bis 30 Sekunden dann abbrecht, weil ihr auf den Link klickt, den Kalender nehmt, dann geht dieses Video natürlich völlig unter. Denn YouTube wird sich sagen, wenn das Video, was so lange ist, nach 30 Sekunden schon abgebrochen wird, dann scheint das wohl nicht ganz so interessant zu sein. Okay, wie gesagt, bitte einen Daumen hoch dann hinterlassen. Ich werde hier in Zelle A1 schon mal die Jahreszahl eintragen und ihr könnt natürlich eure eigene Zahl dort eintragen. Ich nehme jetzt mal 2017 und zwei Zellen tiefer werde ich hier diese beiden Zellen verbinden. Und zwar möchte ich hier den Monatsnamen drin haben, über zwei Zellen verbunden. Denn ich möchte hier links unten sozusagen den Wochentag haben und hier rechts vom Januar sozusagen den Tag und meinetwegen auch den Monat. Also wenn die beiden Zellen markiert sind, gehe ich hier auf Zellen verbinden, also verbinden und zentrieren und trage hier schon mal Januar ein. Das Coole ist, die automatische Ausfüllfunktion, die funktioniert sogar, wenn man Zellen verbunden hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier über den Anfasser hier raufklicke, bei gedrückter Maustaste, das nach rechts ziehe, dann seht ihr, es werden wieder zwei Zellen genommen. Es wird Februar eingetragen, nochmal zwei Zellen, März und so weiter. Und das mache ich jetzt soweit bis Dezember kommt. Also ein bisschen hier rüber. Müsst natürlich aufpassen, dass ihr nicht zu viel markiert. Und hier bei Dezember lasse ich sozusagen los. Und ihr seht, Excel hat sozusagen jetzt das automatisch eingetragen und sogar hier die Zellen verbunden. Total cool. Und hier in dieser Zelle hier unten, hier steht sozusagen ja der Tag des Monats drin und der Monat meinetwegen. Muss man nicht machen mit dem Monat, aber das werden wir gleich alles noch anpassen. Und hier links halt der Wochentag. Aber der Wochentag bezieht sich auf das Datum rechts. Also fangen wir hier an. Und hier werde ich schon die erste Funktion benutzen. Und zwar nehmen wir hier die Funktion Datum. Das heißt, ich gebe ein Gleichheitszeichen ein, schreibe Datum. Und die Funktion Datum, die erwartet drei Parameter. Und zwar einmal das Jahr, den Monat und den Tag. Das Jahr haben wir hier oben. Und damit wir nachher alles dynamisch machen können und hier nur die Jahreszahl eintragen müssen, werde ich natürlich auch genau hier drauf verweisen. Das heißt, nachdem ich die geöffnete Klammer hier eingegeben habe, klicke ich hier auf 2017. Die Koordinaten werden eingetragen, A1. Und der Wert wird später ausgelesen und hier eingetragen. Ich gebe ein Semikolon ein. Und klar, der Januar ist die 1. Und der erste Tag im Januar, den wollen wir auch. Also nochmal eine 1 nach dem Semikolon. Und dann die Klammer zugemacht. Und dann sind alle drei Parameter drin. Und ich drücke Enter. Und wir bekommen hier den 1.1.2017. Trage ich jetzt hier zum Beispiel 2016 ein. Klar, dann steht hier 2016. Ich werde jetzt hier auf diese Zelle verweisen und dann hier den Wochentag eben so eintragen. Ja, wir müssen das hier halt nur formatieren. Das heißt, hier in dieser Zelle gebe ich nur ein Gleichheitszeichen ein und klicke hier auf diese Zelle. Denn hiervon, also von diesem Datum, wollen wir ja den Wochentag. Ich drücke Enter. Wir bekommen komplett das Datum und werden das jetzt so formatieren. Und zwar mit der rechten Maustaste da reinklicken. Dann Zellen formatieren. Und hier sehen wir schon mal im Bereich Kategorie Datum. Allerdings finden wir hier nicht das mit dem Wochentag. Ich glaube jedenfalls, dass es nicht hier drin ist. Ist auch nicht. Also werden wir unseren eigenen Wochentag hinzufügen. Das heißt, wir gehen auf Benutzer definiert. Und hier oben bei Typ können wir das alles rauslöschen. Das mache ich mal. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie das funktioniert. 1T bedeutet sozusagen, dass wir jetzt eine 1 haben. Und zwar ist das der Tag. Und zwar dafür nur diese 1. Gebe ich noch 1T ein, bekommen wir sozusagen den Tag mit führender 0, also 0,1. Gebe ich 3T ein, bekommen wir sozusagen den abgekürzten Wochentag. Genau das will ich gleich haben. Ich zeige euch nur bei 4T, dass wir dann sozusagen den voll ausgeschriebenen Wochentag bekommen würden. Dafür ist der Kalender allerdings ein bisschen zu klein, glaube ich. Also wenn wir über den Wochentag voll ausschreiben, ja dann hätten wir einen riesengroßen Kalender. Bei DIN A3 ist das okay, aber ich denke bei DIN A4 könnte das sehr eng werden. Also nehme ich 3T bei Typ und habe dadurch den abgekürzten Wochentagsnamen. Ich klicke auf OK und ihr seht, wir bekommen hier Freitag. Und ich werde das jetzt auch so machen, dass wir diese Zelle ebenfalls sofort formatieren. Ich klicke auch hierauf mit der rechten Maustaste Zellen formatieren Und werde auch hier über Benutzer definiert mein eigenes Format anlegen. Ich lösche das alles Und ich hatte ja gerade gezeigt, 2T sind sozusagen der Tag mit führender 0 Und das möchte ich. Ich möchte den Tag. Ich will ja zeigen, dass das der 1. Januar ist und der Freitag. Und wenn ihr wollt und ich mache das jetzt auch so, auch wenn ich das jetzt nicht bräuchte. Ich werde den Punkt eingeben als Trennzeichen und dann meinetwegen noch eine 01 für die Monatszahl. Und dementsprechend gebe ich eine 1M ein und noch ein M, damit wir auch bei der 1 eine führende 0 haben. Ich klicke auf OK und ihr seht, wir bekommen den 1. Januar. Und das ist Freitag. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel 2017 eintrage und Enter drücke, dann kommt ein anderer Wochentag, denn der 1. Januar bleibt ja trotzdem so. Als nächstes werde ich diese Zelle hier mit einer Formel versehen. Wie gesagt, bekommt keine Angst. Es gibt nicht so viele Formeln. Ihr habt gesehen, im Prinzip sind es erst zwei und es kommt noch eine dritte. Die hat es wirklich in sich. Also die ist richtig kompliziert, aber das ist dann die dritte und schwierigste. Und danach wird es nochmal eine Formel geben und das war es schon. Bei der bedingten Formatierung werden wir noch eine Formel benutzen. Ansonsten war es das schon. Und die Formeln, wie gesagt, bekommt ihr von meiner Webseite. Und zwar der Februar. Hier kommt ja der Wochentag wieder rein von diesem Tag, von dem Februar, von dem 1. Februar. Aber hier, wenn wir eine Formel verwenden anschließen, können wir alles sozusagen nach rechts kopieren. Und diese Formel ist eigentlich ganz cool. Die nennt sich E-Datum. Das heißt, ich gebe ein Gleichheitszeichen ein und schreibe mal E-Datum. Und mit E-Datum haben wir die Möglichkeit, ein Datum zu benutzen und einfach zu sagen, ich möchte gerne dieses Datum plus einen Monat oder zwei Monate und so weiter. Und das ist total easy. Das heißt, wir geben E-Datum ein, Klammer auf, klicken hier auf diese Zelle, hier von unserem Januar, mit dem Tag und Monat. Ich klicke hier rauf. Die Koordinaten werden hier eingetragen. Der Wert wird dann ausgelesen. Und ja, E-Datum braucht natürlich noch einen zweiten Parameter. Und zwar will ich jetzt eben E-Datum sagen, wie viele Monate weitergerechnet werden soll. Ich will ja nur einen Monat weiter gehen. Das heißt, ich gebe hier eine 1 ein, mache die Klammer wieder zu, drücke Enter. Und wir bekommen zwar jetzt hier so eine Zahl raus, das ist aber eine interne Datumsnummerierung, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn wir das als Datum formatieren, dann steht hier auch gleich das Datum. Und wer sich damit noch nicht auskennt, der klickt einfach hier auf diese Zelle. Also ich will das mal ganz kurz erklären. Wir können nämlich diese Formate übertragen. Das heißt, dieses Format, was Sie vorher ausgewählt haben, können wir komplett übertragen. Und zwar hier mit diesem Pinsel. Das heißt, wenn ich eine Zelle hier auswähle und hier auf Format übertragen klicke, kann ich dieses Format jetzt auf diese Zelle übertragen. Und wenn ich jetzt hier raufklicke, dann bekommen wir auch nur den Tag und den Monat. Den Tag und den Monat. Aber wie ihr seht, ist das der Februar. Und genau das wollten wir. Diese Zelle hier mit dem Wochentag, wenn ich hier doppelt raufklicke, seht ihr, das ist ein relativer Bezug. Wer sich damit noch nicht auskennt, unbedingt anschauen. Relative und absolute Bezüge. Ihr seht, die Zelle, also die Formel bezieht sich auf die Zelle rechts daneben. Das heißt, wenn ich diese Zelle hier kopiere, entweder mit STRG-C oder rechte Maustaste und kopieren hier oben und hier wieder einfüge, dann wird einmal das Format übertragen und natürlich die Formel durch den relativen Bezug so angepasst, dass sich das auf diese Zelle bezieht. Das heißt, rechte Maustaste, einfügen, zack. Und ihr seht, hier ist Mittwoch. Und wenn ich jetzt hier doppelt raufklicke, dann seht ihr, durch den relativen Bezug verweist das auf diese Zelle. Das hier, das können wir jetzt sozusagen schon nach rechts kopieren. Total easy. Das heißt, ich mache das mal ein bisschen kleiner hier. Und achtet da drauf, das ist natürlich sehr klein, ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen was erkennen. Wichtig ist, dass ihr wirklich nur die Einträge nehmt von Februar, nicht vom Januar. Das heißt, markiert diese beiden Zellen nur. Die dürft ihr nicht mit markieren, weil hier steht ja die Formel drin, die sich nach oben hin bezieht. Und das dürft ihr nicht mit kopieren. Das heißt, nur das hier unter Februar, beides auswählen, der Wochentag und die Datumsangaben hier. Und wenn ich das jetzt hier mit dem Anfasser nach rechts ziehe, und zwar bis Dezember, und denkt dran, ihr habt bei Dezember zwei Zellen, einmal diese und einmal diese, nimmt die zweite Zelle lastlos. Und dann seht ihr schon, steht hier Freitag und 1.12. Und genau so sollte das sein. Überall wurde das sozusagen eben entsprechend angepasst. 1.4., 1.5. und so weiter. Und so wollten wir das. Ich vergrößere das alles mal wieder. Und jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Jetzt kommt die wirklich komplizierte Formel. Und ja, die hat es wie gesagt in sich. Und zwar ist das eine Kombination einer Wenn-Funktion sozusagen. Wir wollen ja wissen, ob sozusagen, wenn wir hier das runterkopieren, können, dass wir immer noch im gleichen Monat sind. Theoretisch könnte man jetzt eigentlich sagen, okay, ich möchte bloß diese Zelle hier plus 1 haben. Das heißt, ich gebe ein Gleichheitszeichen ein, nehme das hier plus 1 und drücke Enter. Das Problem ist nur, wenn wir das jetzt runterziehen und ich mache das jetzt einfach mal, dann kann man das ja so weit runterziehen. Dann seht ihr schon, der 30.1., dann machen wir noch ein bisschen weiter hier. Dann geht es natürlich weiter. Dann steht hier 1., 2., 2., 2., 3., 2. und das wollen wir nicht. Wir wollen ja nicht automatisch, dass zum Beispiel im Februar dann der 1. März und 2. März mit drin ist. Also, das wollen wir nicht. Ich gehe nochmal zurück hier. Und deswegen müssen wir hier zum Beispiel eine Formel anwenden, und zwar die Wenn-Funktion. Und die Wenn-Funktion, die reicht auch nicht komplett aus. Und deswegen müssen wir die Wenn-Funktion sogar noch in eine Wenn-Fehler-Funktion einbauen. Das heißt, ich fange erstmal mit der Wenn-Funktion an, die überprüft, ob zum Beispiel, wenn wir dieses Datum plus einen Tag nehmen, ob wir denn noch innerhalb des gleichen Monats sind. Und wie gesagt, ich fange mit der Wenn-Funktion an und später bauen wir die Wenn-Fehler-Funktion einfach noch außenrum. Ich gebe also hier jetzt ein Gleichheitszeichen ein, um die Funktion direkt auszuführen. Und schreibe also Wenn-Klammer auf und die Wenn-Funktion, die erwartet ja drei Parameter, einmal die Prüfung, dann einen Dann-Wert, also was passieren soll, wenn die Prüfung erfolgreich war und ein Sonst-Wert, falls die Prüfung halt fehlgeschlagen ist. Und zwar will ich ja wissen, ob zum Beispiel von diesem Datum hier plus einen Tag, ob wir uns dann innerhalb des gleichen Monats noch befinden. Also muss ich jetzt zum Beispiel erstmal Monat nehmen, also die Funktion Monat, Monat, Klammer auf. Und ja, ich will ja wissen, ob von diesem Datum hier, das heißt, ich klicke hier einfach rauf, B4 plus einen Tag, Klammer zu, ob das gleich ist mit diesem Monat hier. Und zwar auch wieder die Funktion Monat, Klammer auf und wieder hier rauf geklickt. Hier sieht es natürlich jetzt ein bisschen komisch aus, aber ihr dürft ja nicht vergessen, wir kopieren das ja gleich runter. Und dann soll natürlich immer die darüber liegende Zelle kontrolliert werden. Deswegen hier ein relativer Bezug. Immer die darüber liegende wird kontrolliert, aber mit dem Monat hier oben verglichen. Und deswegen müssen wir hier zum Beispiel bei B, also nach dem B, ein Dollarzeichen machen, damit wir hier in Zeile 4 sozusagen die Sache festnageln. Das heißt, wenn wir das Ganze runter kopieren, soll die darüber liegende Zelle immer kontrolliert werden. Das wandert ja mit, das ist ein relativer Bezug. Und das soll immer hier oben sozusagen festgenagelt sein. Allerdings nur auf die Zeile. Dann wenn wir das Ganze nach rechts gleich kopieren, soll das natürlich entsprechend der Spalte mitwandern. Wie gesagt, schaut euch das an mit relative und absolute Bezüge, weil das ist hier zum Beispiel eine von diesen Varianten. Wie gesagt, das wird jetzt kontrolliert. Und zwar wird jetzt einfach nur gecheckt, ob die darüber liegende Zelle plus einen Tag immer noch innerhalb des Monats liegt. Und wir sind ja immer noch in der Wenn-Funktion. Und die Wenn-Funktion erwartet jetzt natürlich Parameter. Und zwar, wenn das noch innerhalb des gleichen Monats liegt, dann soll ruhig die nächste Zelle ausgefüllt werden. Also hier, das soll ausgefüllt werden. Und zwar dieses Datum plus 1. Also das hier plus einen Tag. Und wenn das nicht so ist, wenn der Monat nicht übereinstimmt, weil wir schon einen Monat weiter sind, dann soll folgendes passieren. Gar nichts. Das heißt, ich gebe zwei Anführungszeichen ein und dann wird sozusagen eine leere Zeichenkette übertragen. Ich schließe jetzt die Funktion Wenn ab mit einer schließenden Klammer. Drücke Enter und ihr seht, wir bekommen den zweiten Ersten. Warum wir jetzt die Wenn-Fehler-Funktion benutzen müssen, zeige ich jetzt an diesem Beispiel. Das heißt, wenn ich das jetzt hier runterkopiere, ihr seht, das wird funktionieren. Dritte, Erste, Vierte, Erste und so weiter. Das funktioniert. Das funktioniert auch so weit bis, schauen wir mal, 28. Erste und so weiter. Das geht auch noch. Und 31. Aber jetzt schaut mal, hier funktioniert das. Aber eine Zelle weiter bekommen wir einen Fehler. Und genau deswegen müssen wir das Ganze noch in eine Wenn-Fehler-Funktion packen. Weil wie gesagt, selbst wenn wir das hier noch weiter runterziehen, bekommen wir weitere Fehler. Und gerade beim 28. Februar zum Beispiel, wenn der wirklich nur 28 Tage hätte, würden wir am 30. und 31. hier sozusagen dann den Wertfehler schon bekommen. Und das müssen wir halt umgehen. Das heißt, wir passen jetzt, ich lösche das nochmal ganz kurz hier oder schmeiße das nochmal kurz so raus. Haben wir ja oft gemacht. Ich klicke hier noch doppelt drauf. Und das Ganze packe ich jetzt in eine Wenn-Fehler-Funktion. Das heißt, ich schreibe Wenn-Fehler. Außerhalb, also oder umschließe sozusagen die Wenn-Funktion. Der erste Parameter ist unsere Formel sozusagen, denn Wenn-Fehler erwartet nur zwei verschiedene Parameter. Einmal unsere Formel sozusagen und nach der Formel, was soll passieren, wenn ein Fehler passieren sollte, da wo gerade Wert drinne stand, da soll dann auch gar nichts stehen. Das heißt, auch hier geben wir wieder zwei Anführungszeichen ein, Klammer zu. Und ich drücke jetzt mal Enter. Und hier wird auch unsere Formel ausgeführt, so wie es sein muss. Jetzt ziehe ich das nochmal runter. Und dann können wir uns das gleich nochmal anschauen. Ich mache das mal jetzt bis 37 oder bis 40. Und ihr seht, ab 31 haut das hin. Hier steht nirgends mehr etwas drin. Also, die Formel können wir auch lassen. Ihr habt ja gesehen und ihr seht ja auch, nee, das war die falsche, die hier. Ihr seht ja und könnt euch das ja auch von meiner Webseite sozusagen runter kopieren, diese Formel. Oder halt die ganze Datei. So muss die Formel aussehen. Was wir jetzt allerdings beachten müssen, ihr habt gesehen, ich habe das jetzt über den Anfasser runtergezogen. Und ich habe das jetzt weitergezogen als 31. Und ihr müsst darauf achten, wenn ihr zum Beispiel hier noch Formeln drinne habt, und das seht ihr auch hier oben, oder wenn ich jetzt auch doppelt hier raufklicke, dann ist hier die Formel drinne, schmeißt die Formeln alle raus, die nach dem 31. sein könnten. Also nehmt den weitesten Eintrag, der möglich ist innerhalb eures Kalender, das ist ja der 31. und schmeißt alles danach nochmal raus. Denn wenn wir nachher auf Ausdrucken gehen, habt ihr vielleicht das Problem, dass sich beim Horizontalen und Vertikalen zentrieren, dass sich das entsprechend, weil hier eigentlich doch noch irgendwo ein bisschen Inhalt ist, das entsprechend verschiebt. Das heißt, ich klicke hier einfach rauf, also ich markiere mir hier diese Zellen hier nochmal recht im Host-Taste und Zellen löschen. Ihr habt ja gesehen, das bezieht sich ja sozusagen auf die rechte Zelle, ist relativ. Also können wir hier diese Zelle über den Anfasser hier komplett runter kopieren. Total easy. Und zwar mache ich das bis auch 31. Zack, überall passt sich das sozusagen an. Super simpel. Jetzt können wir alles kopieren. Und zwar mache ich das mal ein bisschen kleiner, so dass wir den Dezember hier noch sehen. Ich hoffe, ihr seht das auch noch. Das ist wirklich nicht so leicht. Und außer die erste Zeile, also ich mache das ab Zeile 5, diese beiden Spaltenbereiche, wie gesagt, außer die erste Zeile hier, wo der Sonntag der erste erste drin ist, und das könnt ihr jetzt komplett hier rüberziehen. Ich ziehe das hier rüber, wie gesagt, komplett bis zu dem Punkt, wo erste zwölfte steht. Ich lasse los und überall passt sich das an. Ihr seht auch hier zum Beispiel, Nergens ist etwas eingetragen. Hier bei der Februar zum Beispiel, hat nur 28 Tage und dementsprechend ist am 29., 30. und 31. hier auch kein Inhalt. Hier fehlen halt auch diese Bereiche, weil der Monat halt nicht so lang ist. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel 2016 eintrage, das mache ich einfach mal 2016, dann achtet mal hier drauf. Hier kommt nämlich noch ein Tag hinzu, weil 2016 zum Beispiel 29 Tage hat. Und alle Wochentage wurden angepasst und so weiter. Also von daher total cool. Was ich jetzt machen will, auch wenn ihr das jetzt vielleicht nicht so gut sehen könnt, aber markiert euch nochmal die ganze Tabelle. Und zwar erstmal die gesamte Tabelle. Das machen wir hier über dieses kleine Symbol. Da wird alles markiert und ich will alles zentriert haben. Ihr seht ja, das ist ja jetzt irgendwie rechtsbündig. Sieht eigentlich nicht so cool aus, finde ich. Ich möchte das zentriert haben. Ich klicke hier einfach auf. Alles ist jetzt sozusagen zentriert. Die Jahreszahl können wir nachher linksbündig machen oder machen das jetzt direkt. Und das werden wir wahrscheinlich auch über zwei Zellen gleich formatieren. Was ich jetzt allerdings noch möchte, dass alle Wochenenden sozusagen farblich markiert werden. Das heißt, ich markiere mir hier nochmal komplett den gesamten Bereich. Alles komplett. Und gehe dann hier auf bedingte Formatierung. Wähle mir hier neue Regel. Wähle mir hier den untersten Eintrag. Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden. Und kann jetzt hier eine Funktion eintragen. Und zwar nehme ich hier die Funktion Wochentag. Die Funktion Wochentag zieht sich sozusagen aus einem Datum den Wochentag raus und gibt mir Werte zurück. Und ich erkläre das ganz kurz. Ich gebe erstmal ein Gleichwochentag. Klammer auf. Und ihr seht, wenn ihr das hier so markiert, habt ihr ja immer noch diese weiße Markierung hier innerhalb des Bereiches. Und das ist ganz wichtig, dass die auch hier ist. Also wenn das bei euch anders sein sollte, zieht euch den Bereich nochmal auf. Wichtig ist, dass die weiße Markierung auf jeden Fall hier oben ist. Denn diese Zelle, die wir jetzt sozusagen hier eintragen, ist diese Zelle, die hier weiß ist. Also A4. Weil da steht sozusagen unser Datum drin. Wir haben zwar hier nur den Wochentag rausgezogen. Aber hier steht trotzdem ein komplettes Datum drin. Und aus diesem Datum wollen wir den Wochentag haben. Und als Rückgabewert möchte ich das so festlegen, dass der Montag eine Eins ist, der Dienstag eine Zwei, der Mittwoch eine Drei und so weiter. Und das lege ich mit der Zahl zwei fest. Legt ihr da eine andere Zahl rein, also oder setzt da eine andere Zahl für rein, dann kann es sein, dass der Sonntag zum Beispiel eine Eins ist. Und dementsprechend müsst ihr hier wirklich eine Zwei eintragen, damit der Montag eine Eins ist, der Dienstag eine Zwei. Und dementsprechend ist der Samstag eine Sechs und der Sonntag eine Sieben. Und genau das verwenden wir jetzt. Wir wollen nämlich wissen, wenn der Wochentag größer als Fünf ist, also Sechs und Sieben, also Samstag und Sonntag, also die Fünf noch eingetragen, dann soll Folgendes passieren. Also wenn Samstag und Sonntag ist, dann soll der Hintergrund zum Beispiel grau sein. Das machen wir über eine andere Formatierung. Ich klicke hier mal auf Formatieren. Ihr könnt hier natürlich noch viel mehr einstellen, aber ich gehe mal hier auf Ausfüllen, wähle mir hier dieses Grau aus, klicke auf OK und klicke nochmal auf OK. Und dann seht ihr, alle meine Wochentage sind hell und nur die Wochenenden sind jetzt sozusagen grau. Und selbst wenn ich das Datum jetzt ändere und ich mache das mal 2010, nehme ich jetzt mal als Beispiel und drücke Enter, dann seht ihr, passt sich das automatisch an. Was wir jetzt noch machen können, ist zum Beispiel hier bei, ja ich lasse das jetzt mal so klein, damit wir wirklich alles markieren können hier. Bei Zeile 3 zum Beispiel klicke ich mal rauf, dann wird hier die ganze Zeile halt markiert. Und ich möchte das gerne fett haben, dass die Monatsnamen fett sind. Meinetwegen ein kleines bisschen größer und das mache ich hier über diese Auswahlliste. Nehme ich mal, was nehmen wir 14, das ist eigentlich ganz OK, glaube ich, oder 15. 15 ist auch cool, aber ja 14 ist besser. So, und das hier, klar, das soll natürlich richtig groß sein, die Jahreszahl und die werde ich richtig groß machen. Das heißt, ich nehme mal hier 28. Wir werden das trotzdem hier über zwei Zellen machen. Das heißt, ich markiere mir diese beiden, gehe auf Zellen, verbinden und zentrieren und mache das trotzdem linksbündig. Noch ein bisschen fett und ja, so sieht das eigentlich gar nicht mal schlecht aus. 2010 ist natürlich ein bisschen doof, wir nehmen mal 2017 und wie gesagt, das passt sich ja alles super an. Ich werde euch jetzt noch ganz kurz zeigen, wie das funktioniert mit dem Ausdrucken. Allerdings möchte ich hier noch schnell was machen und zwar seht ihr ja, die Spalten sind eigentlich viel zu breit und dementsprechend markiere ich mir jetzt jede Spalte über die Spaltenbezeichnung hier oben. Ich markiere mir das alles und achtet mal drauf, wenn wir jetzt etwas verändern, verändert sich das in jeder Spalte gleichermaßen. Deswegen achtet da drauf, der September zum Beispiel, da müsst ihr ja mal ein bisschen schauen, weil wenn das zu schmal ist, dann sieht das natürlich wirklich ein bisschen doof aus. Aber ich denke mal, das könnte passen. Wir können das jetzt auch ein bisschen größer machen schon. Ja, sieht ja eigentlich schon gar nicht so verkehrt aus. Also ich sehe jetzt hier nicht so viele Fehler. Okay, und wir gehen jetzt mal zu dem Druckbereich. Das heißt, ich gehe auf Datei, gehe dann auf Drucken und ihr seht, wir haben momentan noch das Hochformat. Wenn wir es zum Beispiel im Querformat haben wollen, können wir das hier festlegen. Ihr seht, hier kann man das einstellen. Ich gehe auf Querformat. Allerdings haben wir hier nur von Januar bis September. Und wenn wir jetzt alles da drauf haben wollen, auf dieser einen Seite, dann können wir hier unten im unteren Bereich, wo keine Skalierung gerade steht, auswählen, Blatt auf einer Seite darstellen. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann seht ihr, bekommt ihr alles auf einer Seite. Damit das insgesamt aber ein bisschen cooler aussieht, gehe ich jetzt noch mal ganz kurz zurück. Und wir werden einfach die Spalten oder was gesagt, die Zeilenhöhen etwas vergrößern. Dann sieht das einfach cooler aus. Ich gehe noch mal zurück, markiere mir jetzt hier einfach den ganzen Bereich. Zack. Und setze das einfach noch ein bisschen weiter nach unten. Aber achtet darauf, weil sich das auf jede Zeile auswirkt, kann das natürlich sehr groß werden. Und ich gehe noch mal so zurück. Und wenn wir uns das jetzt noch mal anschauen, Datei drucken, dann sieht das Ganze schon so aus. Ich denke mal, das Ganze mit der Formatierung und so weiter bekommt ihr selber hin. Und ob ihr jetzt zum Beispiel Gitternetzlinien haben wollt und so weiter. Aber ich wollte euch einfach zeigen, dass ihr jetzt einen dynamischen Kalender habt. Ihr braucht jetzt nur noch die Jahreszahl ändern. Und der Kalender wird sich automatisch anpassen. Und ja, ich finde das Ding eigentlich ganz cool. Und ich würde mich freuen, wenn euch das gefallen hat. Wenn ihr einen Daumen hoch hinterlasst. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials dann wiedersehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.